Assalamu alaikum und meine lieben Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Ich möchte einen kleinen Exkurs vornehmen in das Thema PR, Public Relations, auch bekannt als Öffentlichkeitsarbeit. Wenn man zum Beispiel eine Marke hat, man hat ein Unternehmen und man hat eine Marke, dann gibt es in diesem Unternehmen eine PR-Abteilung, eine Abteilung für die Öffentlichkeitsarbeit, die alles daran setzt, dass die Marke in den Köpfen der Menschen landet, bekannt ist, aber vor allen Dingen, dass man mit der Marke positive Assoziationen verbindet, positive Assoziationen hat. Das heißt, man muss versuchen, um die Marke herum eine Geschichte aufzubauen mit positiven Impulsen, sodass wenn man die Marke hört, den Namenbegriff hört, diese positiven Impulse dann auch mit aufnimmt und die Marke somit in ein sehr positives Licht immer mehr rückt, bis der Bekanntheitsgrad und der positive Effekt, den die Marke auslöst, zusammenfällt. Und das ist eigentlich so, also zusammenfällt im Sinne von zeitgleich, das ist das Ideale, was die Öffentlichkeitsarbeit erzielen möchte. Das heißt, man hört den Namen und man assoziiert etwas Positives. Erstmal erkennt man den Namen, weil er eine große Marktdurchdringung hat. Marktdurchdringung bedeutet eben auch den Bekanntheitsgrad im Durchschnitt der Bevölkerung. Und gleichzeitig mit dem Hören der Marke, mit dem Sehen des Logos, man gleich die positiven Assoziationen verbindet, die eben in der Öffentlichkeitsarbeit, in der Werbung suggeriert werden. Das ist das Ziel auch der Öffentlichkeitsarbeit. Und nach all unseren Lebenserkenntnissen ist eine schlechte PR für die Marke tödlich. Verletzend zunächst und dann tödlich. Und ein Albtraum für jede PR-Abteilung ist, wenn die Marke in Verbindung mit Unglück oder mit Schlechtem steht, dann sagt man, die Marke hat große Einbußen zu erfahren. Ja, und diese Einbußen können wirklich existenziell sein. Da geben wir ganz einfach mal ein aktuelles Beispiel. Da gibt es diesen erfolgreichen Unternehmer im Bereich der Fitnessstudios. Es geht da um den Unternehmer Schaller, den ihr sicherlich auch den Namen schon vernommen habt im Zusammenhang mit den McFit Fitnessstudios. Der hat als kleines Unternehmen begonnen und hat es dann geschafft, ein Imperium im Grunde aufzubauen, bundesweit. Die größte Fitnesskette ist mittlerweile daraus geworden. Und der hat dann eben erkannt, dass die Marke der Love Parade dienlich wäre, um für seine Fitnessstudios zu werben, um die bis dahin für ihn erkannten positiven Attribute der Love Parade, junge Leute, up to date, die dann zusammentreffen und feiern, ein Millionenpublikum zu erreichen. Also die Marktdurchdringung zum einen zu erhöhen, aber auch gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass eben seine Marke in Verbindung steht mit der Love Parade im Bekanntheitsgrad und mit den positiven Attributen, junge Leute anzusprechen, hat ja diesen Slogan McFit einfach gut aussehen. Und das sollte eben auch in Verbindung gebracht werden mit Love Parade, wo die Menschen sich als gut aussehende präsentieren. Als es dann zu dem Unglück gekommen ist von Duisburg, ist die Marke natürlich besonders gewaltig beschädigt worden. Und schon kurze Zeit danach hörte man in den Medien Echo, dass also es zum Mitgliederaustritten gekommen ist oder zum Aufruf auszutreten und dass eben das Unternehmen einen großen Imageschaden erlitten hat. Und das ist also ein Albtraum für jede PR. Das ist aus dem wirtschaftlichen Aspekt, aber das ist für jeden Lebensbereich so. Weil wir haben ein Gehirn, das Informationen verarbeitet und wenn wir also einen Namen, einen Begriff, eine Bewegung, auch egal was hören, vernehmen, dann haben wir Assoziationen und die Werbung hat erkannt, dass ein Milliardenprojekt für jedes Unternehmen gesehen in der Summe, Milliardenprojekt, was an Werbung ausgegeben wird, um eben die positiven Suggestionen, das positive Suggerieren, im Zusammenhang mit der Marke des Unternehmens zu erwecken und deswegen ist Werbung ein ganz wichtiger Punkt, weil man eben erkannt hat, dass der Mensch beeinflussbar ist. Wir haben ein Gehirn, das darauf anspricht und da gibt es auch Mittel und Wege, diese Suggestionen zu verbreiten. Das heißt, ein ganz gewaltiges ist auch die Information und das kommt, wie wir alle wissen, durch die Medien, man kann auch einen anderen Begriff nehmen, Kanäle. Diese Informationen, die über Kanäle an die Gesellschaft gestreut werden und die Gesellschaft verarbeitet ist und das ist klar und das ist einfach erwiesen aus unserer Lebenserkenntnis, hochwissenschaftlich, wirtschaftlich, in allen Bereichen politisch, deswegen macht man ja auch Wahlwerbung, ist es ganz wichtig, positive Suggestionen zu schaffen, damit eine Bewegung, damit eine Partei, damit eine Ideologie, damit das überlebt, sonst kann sie unmöglich überleben. Das heißt, eine ständige negative PR wird dazu führen, dass die Marke, die Bewegung, die Ideologie, die politische Partei, die Politiker, die dahinterstehen, alles das, was man eben dann mit diesem Namen assoziiert und verbindet, zugrunde geht. Das ist ganz klar. Deswegen, dem will man entgegenwirken. Das heißt also, PR hat nicht nur expansiven Charakter, also den Charakter dafür zu sorgen, dass sich die Dinge ausweiten, sondern es geht auch um eine Verteidigung. Das heißt, dass man also die Errungenschaften der Marke verteidigt und auch einen Status Quo beibehält. Das ist also wichtig, es ist also auch lebensnotwendig, dass man eine gute PR hat, ein gutes Marketing hat und so weiter und so fort. Nun lösen wir uns mal von dem wirtschaftlichen Aspekt und gehen rein in den religiösen Aspekt. Als vor einigen Wochen die Skandale überhand und die Meldungen und Informationen in den Medien überhand genommen hatten über die katholische Kirche und Missbrauchsfälle und die Sexskandale. Kurze Zeit später Massenaustritte aus der katholischen Kirche. Schon war von einer gewaltigen Krise die Rede und diese Krise hält an und die katholische Kirche hat einen gewaltigen Image-Schaden erlitten. Und es gab Stimmen, die gesagt haben, noch mehrere von solchen Fällen, die katholische Kirche kann sich abschaffen. Einige, man sagte sogar einige von diesen Fällen. Viele Katastrophen brauchen wir nicht, um uns selber abzuschaffen. Das heißt, man muss jetzt verhindern, man muss auf die Menschen zugehen, man muss wieder versuchen, eine gute, im wahrsten Sinne des Wortes, PR zu machen, wieder eine gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die katholische Kirche wieder in ein richtiges Licht zu rücken. Was soll dieser Vortrag? Dieser Vortrag dient dazu, ein gewaltiges Wunder des Islam deutlich zu machen und den Menschen vor Augen zu führen, weil es mit aller Lebenserkenntnis und mit all unserem Wissen nicht erklärbar ist. Es ist nicht erklärbar, was geschieht. Und wenn etwas unerklärbar ist und auch mit allen Lebenserkenntnissen und allen Lebenserfahrungen nicht erklärbar ist, so müssen wir dieses auf eine Sache zurückführen, die jenseits unserer Wahrnehmung liegt und jenseits unseres Verständnisses. Wir müssen ganz deutlich sagen, dass der Islam in seiner kompletten Geschichte mehrere gewaltige Rückschläge erfahren hat, die normalerweise zu seiner kompletten Vernichtung hätte führen müssen, zum Beispiel in der Kolonialzeit, die totale Unterdrückung und man nennt diese Zeit auch die schwarze Zeit des Islam und viele haben da schon den Islam abgeschrieben. Aber ich möchte mich nicht in der Historie aufhalten, ich möchte die Menschen jetzt nicht langweilen mit historischen Fakten, sondern ich möchte in die Gegenwart, denn wir wollen ja aktuell sein und wir wollen ja auch den Menschen ein Wunder und eine Erfüllung des Wortes, des Wortes des Allmächtigen Gottes in der Gegenwart darstellen, wie sie es selber erleben und erfahren und zwar hautnah. Und dann ist es auch viel überzeugender und viel einfacher, dieses zu begreifen. Und ich möchte darauf eingehen, dass in der Religion des Islam, das eine gewaltige Hetze begonnen hat, insbesondere seit dem ominösen 11. September 2001, wo Wissenschaftler und Experten sich gar nicht mal einig sind, wie das alles entstanden ist und auch der Begriff des Inside Jobs kursiert, aber das soll jetzt nicht Gegenstand dieses Vortrages sein, sondern man soll begreifen, dass seit diesem Tag eine Hetze gegen den Islam begonnen hat, wo man sagen würde, jede PR-Abteilung wäre überfordert. Wir haben ja gesehen, katholische Kirche, paar Missbrauchsfälle und ist schon über existenzielle Ängste oder mit existenziellen Ängsten konfrontiert. Und am 11. September, kurze Zeit danach, paar Tage danach, gab es so viele Stimmen, die sagten, es ist das Ende des Islam. Das ist garantiert das Ende des Islam. Und die Menschen werden jetzt begreifen, dass diese Religion, zu was sie anstachelt und so weiter und so fort. Und seit dem 11. September 2001, wenn man sich die komplette aktuelle Geschichte ansieht, hat die Hetze gegen den Islam nicht aufgehört. Hat die weltweite Hetze gegen den Islam nicht aufgehört, dass man gesagt hat, der Islam ist die meistgehasste Religion auf diesem Planeten. Ja, die am meistgehasste Religion auf diesem Planeten. Das heißt, nach allen Lebenserfahrungen und Erkenntnissen, was wir auch erlebt haben, zum Beispiel die Sektierung Bakwan, die einen gewaltigen Erfolg hatte, als dann die ersten Gerüchte, es waren nur Gerüchte, sich breitmachten, Veruntreuung von Geldern und so weiter, ist die Sekte mehr und mehr in sich zusammengefallen, bis letzten Endes zur Unkenntlichkeit und nicht mehr erwähnenswert. Aber was musste der Islam, was musste die Religion des Islam erleiden und erdulden und ertragen an negativer PR, dass sie zur meistgehassten Religion wurde. Dass George Bush, der Präsident der USA, der mächtigste Mann politisch gesehen in der Welt, zur Zeit seiner Regierungszeit, dass er also einen Krieg gegen das Böse führte. USA, das Vorzeigeland, dass so viele Menschen eine Leitfigur darstellt oder Leitmaximen darstellt und gegen den Islam mit ihrer gewaltigen Medienmacht dann auch gewettert hat und es wirklich in Bereiche ging, wo man nicht nur sagen kann negative Presse, sondern wirklich vernichtende Presse. Und dann kam auch noch das Kapitel mit Osama Bin Laden, mit Terrorismus, Unterdrückung der Frau und wie gesagt, die meistgehasste Religion. Und was am meisten gehasst ist, das muss irgendwann dazu führen, dass es in sich zusammenfällt, dass wie jetzt zum Beispiel das Ereignis katholische Kirche, dass man sagt, den laufen die Mitglieder davon. Aber statt, dass die Berichte sich dann überhäufen, dass man hört, den Muslimen laufen die Gläubigen davon, die Moscheen sind leer oder dass man hört, es gibt eine Verdrossenheit. Viele Muslime fühlen sich in dieser Religion nicht mehr wohl, erkennen die Gefahr dieser Religion, verlassen diese Religion. Statt dass wir diese Schlagzeilen lesen, ist der Islam zur gleichen Zeit, dass man sagt, die meistgehasste Religion, die Religion, die sich am stärksten verbreitet und zwar in Länder, wo der Islam marginal war, in Europa, nimmt es überhand und im Sinne der Ausbreitung. Und das macht also sehr deutlich, dass dieses mit dem Verstand nicht zu erklären ist. Skandale über Skandale, Negativpresse über Negativpresse, über Terroranschläge, bis heute auf den heutigen Tag, die Massenmedien, wettern gegen den Islam, grüne Pest und was man sich nicht alles einfallen lässt, aber es geht nicht. Man kann den Islam nicht stoppen. Der Islam breitet sich aus, entgegen aller Erfahrungen und Errungenschaften des menschlichen Wissens. Das ist ein Todesabtraum für jede PR-Kette und PR-Abteilung, was der Islam erdulden musste. Es ist unerklärlich, dass der Islam einen so gewaltigen Zulauf hat, wenn man diese negative PR sieht. Und das zeigt, dass sich hier ein Wort erfüllt und zwar buchstabengetreu. Und vor unser aller Augen geschieht es, ist es geschehen und geschieht es. Wie es da heißt in Surah 61, Vers 8, und das ist die sinngemäße Übersetzung. Ich lese vor aus der Übersetzung von Mohammed Assad, Übersetzung und Kommentar, Botschaft des Koran, die ich für eine sehr gute Übersetzung halte. Und da heißt es, sie zielen darauf ab, Gottes Licht mit ihren Äußerungen, mit ihren Mündern auszulöschen. Mit ihren Mündern, mit den Informationen, mit den Medien. Er ist es, der seinen Gesandten entsandt hat, mit der Verbreitung der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit, zu dem Zweck, dass er sie über alle Religionen obsiegen lasse, wie verhasst auch immer dies jenen sein mag, welche etwas anderem als Gott Göttlichkeit zuschreiben. Das heißt, hier haben wir die buchstabengetreue Erfüllung dieser Prophezeiung. Die am meist gehasste Religion ist die Religion, die sich am schnellsten und am besten verbreitet, gegen jede Erkenntnis, gegen jede Vernunft. Denn wenn das aus unserer Menschenerkenntnis hervorgehen würde, dann müsste jede PR-Abteilung sich freuen über Katastrophen. Die BP müsste Applaus klatschen und hoffen, dass jetzt ihre Marke noch viel besser dastehen würde, aufgrund dieses Unglückes auf diesem Bordturm. Nein, so ist es nicht. Negativpresse schadet dem Image. Negativpresse schadet der Marke, schadet der Politik, schadet der Bewegung, schadet der Partei, deswegen ja Wahlwerbung gemacht wird, deswegen die politischen Parteien sich bemühen, ja nicht in Skandale verwickelt zu sein. In wie viele Skandale hat man den Islam verwickelt? In wie viele schlechte Nachrichten? In wie viele schlechte PR? Was für eine Hetze um uns herum. Grüne Pest, sie haben nichts ausgelassen. Sie haben gezeigt, Kinder im Sudan angekettet. Darunter dann den Schriftzug Zwang im Islam. Und es ist ihnen nicht gelungen und es wird ihnen nicht gelingen, weil es Gottes Wille ist, so sehr sie diese Religion auch hassen, so sehr sie sie hassen, steht im Koran, wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Licht verbreiten. Und das, diese Erfüllung erleben wir tagtäglich.